Hi, willkommen zu einer weiteren Folge von Wondersong. Ich muss sagen, auf die Aufnahmen von Wondersong freue ich mich, glaube ich, mit am meisten. Ich weiß nicht, ey, das Spiel ist so gut. Jetzt habe ich leider nicht mehr aufgepasst, aber wir sollten zu ihnen doch gehen, weil wir haben mit dem Geist deiner Mutter doch gesprochen. Dann sollte er doch jetzt zu unserer Band beitreten. Ah. Oh, it's here again. My ghost mom is here, but she's just speaking in strange symbols to me. Okay, Frage. Sehen die an, also sieht er quasi, wenn Leute miteinander reden, Sprechblasen und dann die Worte, weil wie soll er sonst sehen, sehen, dass sie in Symbolen spricht. Ich könnte ja sagen, sie spricht komisch oder sie spricht eine andere Sprache, aber woher weiß er, dass sie in Symbolen spricht? Da müsste er das ja aktiv sehen. Nein, sie kann auch so reden. Nein, sie kann auch so reden. Oh Gott, muss ich jetzt auch spielen? Ja. Ach, die... Nee, muss ich nicht. Nein, ich drücke. Okay. Nein. Ach, mein NumPad ist nicht an. Upsi. Man sollte sein NumPad auch anmachen. Okay, das ist jetzt nicht so schwer. Okay. Ich drücke die anderen nicht. Das passiert automatisch. Da habe ich mich doch glatt versungen. Aha. Ach, wie schön das aber ist. Ich hoffe, das ist das richtige Gelb. Aber jetzt das. Okay. Können wir bitte einmal kurz appreciaten, wie schön die Musik ist? Und sie ist weg. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? A lot. Stuff that sounds cheesy put into words. I think she would want me to play with you. And I guess in her memory, it's the last least least I can do. Least. Da steht least, nicht last. That's great. Please don't make a big fuss about it. I'm nervous about this. But I'll do my best. Okay. Damit sollten wir die Band jetzt vollständig haben. Und die Tageszeit hat sich geändert. So, wir können mit Ash hier reden. It's crazy to think that soon I'll be playing on a stage just like my mom used to. Well, not just like her. I could never play like that. But hopefully good enough to make her proud. Okay. Everyone is so enthusiastic. I hope I'm not bringing you all down. Hey, du trauer. Ich glaube, dafür haben wir Verständnis. I'm really not sure if I'm ready for this. But I'll do my best. Okay. So. Finding the Overseer's songs is by far the worst part of the saving the world star. I hate having to talk to people. I don't mind it. Well, that's why we made it your job. Sie ist schon irgendwie unsympathisch. Aber irgendwie will ich auch... Ich hab diesen Retter-Instinkt. Irgendwie will ich auch dafür sorgen, dass sie bessere Lauen hat. Well, find anything yet? Not yet? Okay. Ich denke aber, weil ich hier keine anderen gefunden habe, dass das die Main-Quest ist, meine liebe Miriam. Und die jetzt wahrscheinlich den Overseer-Song spielen werden. Ace, you did it. These are some performances you found. But what do I expect? Delphi's got talent. I may have neglected to mention this, but I'd already booked the show before I met you. It's at the Crazy Raven tonight. Actually, it's right now. And we are late. So, follow me. So, we all know the plan, yep. Mm-hmm. Guess so. Um, I don't think I do. Oh, yeah. Well, don't you very ace? We got it all sorted for you. Just follow our elite. We're gonna do great. I hope. Don't sweat too much. It's only our first show. Nobody knows us. It'll be a small crowd. Think of it like a warm-up. Yo, you folks ready or what? Yeah, yeah. Sorry, we're late. The whole town is practically here. They're out there waiting, man. The whole town, huh? Yeah, the whole town. You think they got anything better to do tonight? Hope you're worth the wait. Hey, sweet shots. Soon as you're ready, stage is right through this door. I can't believe this is happening already. I don't feel ready at all. Maybe this was a mistake. I'm sure you'll do great. I'm really nervous. Hey, me too. But we got this. What if I go out there and screw everything up? I'll mess it up for everyone. I wouldn't really care. What? Just do your best. Who cares if we're bad? Let's just have fun. We aren't going to be bad, though. Yeah, you should... Uh... Uh... Entschuldigung. You should still try to sound good. I'm still really nervous. But I guess I have no choice now. I'll just throw myself into it. Like tearing off a bandaid. It's no surprise, so many people came. They must be so excited to see us. Every moment we delay, the tension rises. Let's not keep those poor people waiting much longer. I haven't played for so many people before. My heart's racing. No more coffee shops for me. I'm really going to play my heart out. Nothing in the world feels better. You know, my boy was kidding. This town needs a real kick in the butt. And tonight, the game will you give it to them? I have read something else before this. I ain't hating. I've been here my whole life. I love my town. Now my chance to finally give you a back, you know. We do this right and they'll never forget us. This is it. Our big moment. No one at this would have happened without you, Ace. Don't forget that. Okay, let's 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 play here. I'm going to get the sounds of something like that, but I'm ready. Ich muss noch nichts machen, oder? Ich sollte es nur mit einer Hand machen, dann verkack ich nicht. Ich muss noch nichts machen, oder? Ich muss noch nicht machen, dann verkack ich nicht. Ich muss noch nicht machen, sonst proceeding. Ich muss noch nicht machen. Ich muss noch nicht machen. Das ist companys настоящ. Ich muss noch nicht machen. Ich muss noch nicht machen. Puh, noch schnell gerettet. 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 Also, ja, ich hab an vielen Stellen ein bisschen verkackt. Verzeih mir. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Puh, noch schnell gerettet. Puh, noch schnell gerettet. Die Emojis. Und das ist jetzt der Oberseer-Song. Puh, noch schnell gerettet. Ich mag, wie die eine immer noch nicht glücklicher ist. Puh, noch schnell gerettet. Puh, noch schnell gerettet. Puh, noch schnell gerettet. Ja, also er hat uns gesagt, ja, okay, das ist der Song. Schade. Schön, dass wir erstmal eine Runde schlafen. Ich meine, nach diesen ganzen Abenteuern, muss man auch einfach mal eine Runde entspannen. Okay, wir haben ein bisschen geschlafen. Auf einem Sofa. Ernsthaft? Konnten wir nicht im Hotel fennen? Naja. So, ich würde sagen aber, wir beenden hier die Folge und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! So, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge.